danke mein bester wünsche ich dir auch vor allen dingen gesundheit und so ganz wichtig ich höre mal einen laufen neben mir und denke ich da ist einer also nicht immer aber ab und zu kommt es mir so vor als ob er noch läuft er kann dem frieden ja nicht über den weg trauen hier geht es schon wieder ab junge frag nicht nach sammeln bs munition hätte ich gar nicht kaufen müssen so so was drüben an den Rohren war noch einer redet von Coles und man sieht Typen 80 jährige Geboots ich bin im PS-Himmel angekommen das scheiß Emilian die scheiß PS-Munition ich pack das mal ein drüben um ist Das war's für heute. Da kamen sie alle gestürmt wie die Geisteskranken. Kann man denn nicht einmal in Ruhe einen umbringen hier? Ist das zu viel verlangt? So eine Rotze. Wie sie mich treffen, Alter. Ich schieße dort in die Pampa rein. Auf blauen Dunst und treffe nichts. Und sie schießen genau in diese Pampa zurück und hitten mich permanent. Alter. Da ist er wieder. Schon wieder ein Typ. Ja, Leute. Ich traue es mir gar nicht zu sagen. Ich könnte so kotzen. Aber der Sporn ist gut. Ich habe doch vergessen das Item abzugeben. Mann. Ich war so damit beschäftigt, meinen Rucksack leer zu machen und Platz zu schaufeln. Dass ich einfach mal direkt vergessen habe, meine Quest abzugeben. Das kann nicht wahr sein, Mann. Ich habe sie gehabt. Ich bin rausgekommen und vergesse den Scheiß. Zippo. Kein Loose Loot mehr hier. Ich habe sie gehabt. Wir waren schon mal hier. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Bleicher. Herr damit. Hier ist die Tür offen. Obatschki. Obatschki. Mal gucken noch. Obatschki. Obatschki. Obatschki, Junge. War schneller da als ich dachte. Jetzt fängt der! Zum Glück ist er auch hier reingerammelt, als gäbe es gern morgen. Töten. Einen Klick zwischen die Augen, nicht siebenmal in den Arm. Lass mich in Ruhe. Tod ist Tod. Da frisst kein Brot mehr. Aber ja, ist natürlich recht haste, was soll ich sagen, muss man verinnerlichen. Und die Mannschaft ist noch nicht auf dem Spielfeld angekommen, was das anbelangt. Die Mannschaft wird immer hektisch. Der Gerät... Zippo weg. Der Gerät wird hektisch. Ich bin doch auch nicht mehr der jüngste Mann. Ich brauche eine Weile, ich überhaupt checke, wo da ist und so. Bei mir malen die Mühlen etwas langsamer als noch vor 30 Jahren. man sieht's ja. Man sieht's ja. Vergiss einfach, dass er eine Quest hatte. Hä? Oder hab ich doch schon abgegeben? Nee. Ich hab doch nicht abgegeben, oder? Nee, ich hab nicht abgegeben. Ich kann mich nicht ans Abgeben erinnern. Das Quest-Seite muss aber auch nicht hier. Keine Ausreden. Ausreden sind mein Lebenselixier. Nee, eigentlich nicht. Ach, hier ist es. Oh, Schokolade. Schokolade. Aljoscha Aljoscha, der sagenumwobene Held Alter, da kriegst du keine Maschen, Junge Wieso legt er sich ihn hin? Er sagt kein Mucks Junge Körbein 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 So, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Habe ich den da oben jetzt umgelegt oder nicht? Weil dann hat ja noch einer gestöhnt. Ich dachte, das waren zwei. Deswegen habe ich die Granate nochmal geschmissen. Und dann kam ein Schuss. Da hat nochmal einer gejammert. Klang nach Tod. Irgendwie schon, ja. Aber danach hat nochmal einer gejammert. Aber ich glaube nicht, dass du es warst. Schade eigentlich. Würde mir gut schmecken. Aber hier vorne, das macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich wurde auf einmal gehittet. Da hinten lief doch noch einer durchs Gras, Junge. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay. Irgendwie habe ich, ich glaube, irgendwie Leuchtspur, oder? Es kam irgendwas Leuchtendes an mir vorbeigeflogen. Okay, dann habe ich vielleicht den auf der Schiene umgelegt und der andere hat noch gejammert. Das war der andere, der dort hängt wie ein Schluck Wasser, Junge. Spannung, Spielspaß und Spannung und Weiber für euch, wenn ich rauchen gehe. Was wollt ihr mehr? Habt nichts auf den Schienen gesehen? Okay, ich habe jetzt nicht hingeguckt. Ich hatte zu tun mit Augen geradeaus. Sei gierig. Rucksack hier hin und looten. Nee. Schiss. Ich will raus. Ich setze mich da nicht hin und loote das. Ja. Der hat nie gekriegt volle Kanne, Mann. Los, mein USB-Stick. Damit du mal sowas gebrauchen bist. Ach, kann auch nicht hin. Hey, vier Loot-XP gekriegt. Ich esse. Das war's für heute. Das war's für heute. Wo schmeißt er die Granaten hin, Alter? Er hat sie sich ja eigentlich selbst auf den Wanst geworfen. So ein Blödsinn. Ah, ich hab doch keinen erschossen. Schade.